Bachelor Gus Ballermann Andrei Mangold will auf Mallorca einen exklusiven Club für ein gehobenes Partypublikum eröffnen. Andrei Mangold 35 eröffnet einen Club auf Mallorca. Der ehemalige Bachelor will laut Bild-Zeitung auf der Partyinsel eine exklusive Disco aufbauen. Hello the Club soll das Projekt heißen und laut Mangold ein Club der alten Schule sein. Wir möchten, dass dieses Oldschool-Club-Gefühl mit Haus und RB-Musik zurückkommt, dass die Leute wieder dieses Disco-Gefühl haben, erklärt der Reality-Star. Wir wollen einen exklusiven, hochwertigen Club eröffnen, sagt er. Derzeit gibt es so etwas nicht an der Player de Palma. Mangold will Party-Jet-Set anlocken. Mangold will hochkarätige Künstler verpflichten, die wiederum die internationale Party-Szene anlocken. Das Ziel ist, dass die Leute vielleicht sogar ihren Urlaub darauf aufbauen oder das Eventfest in ihren Kalendern einplanen, sagt der 35-Jährige. Der ehemalige Bachelor hat sich im vergangenen Jahr ein Haus auf Mallorca gekauft. Der Ex-Basketball-Profi pendelt schon länger zwischen seiner Heimatstadt Bonn und der Insel. Der Ex-Basketball-Profi Embla spill datasets bei der palavras An St. Die Disco-Gefühl über den dieta Sch dwa BRA, er standard sind oder andere Eink Stein umg注 Pay valet Covid zu bringen. Bis zum nächsten Mal.